Jung Gabriel Bockmann. So geht er hin und her, vor und zurück, von morgens bis abends, tagaus, tag ein. Es heißt... Ja sicher, es wird viel über uns geredet. Ständig seine Schritte da oben. Vom frühen Morgen bis tief in die Nacht. Hier unten hört man alles. Ja. Oft habe ich das Gefühl, da oben trabt ein kranker Wolf in seinem Käfig. Direkt über meinen Kopf. Hörst du? Hörst du? Hin und her, hin und her, trabt der Wolf. Ich... ...habe den ganzen Prozess zur Revision gebracht. Von mir selbst. Punkt für Punkt habe ich ihn wieder aufgerollt. Als Ankläger, Verteidiger und Richter. In eigener Sache. Objektiver als jeder andere. Da oben bin ich herumgegangen und habe jede meiner Handlungen, jede, um und um gedreht. Habe sie von vorn und hinten geprüft. Unbarmherzig, schonungslos, wie ein Staatsanwalt. Immer mit demselben Resultat. Der einzige, gegen den ich mich vergangen habe, das bin ich selbst. Der nächste Mal. Der nächste Mal. Wer hat mich nicht gehört. Der nächste Mal. Der nächste Mal. Der nächste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020